Santolasana, die Brettstellung in verschiedenen Variationen. Vishnu Prema von Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Vom Fersensitz Vajrasana ausgehend, gib die Hände auf den Boden, strecke die Beine nach hinten aus und so bist du in Santolasana in der einfachen Variation, die auch Chaturanga Dandasana genannt wird oder auch Palakasana. Von hier ausgehend kannst du auch zu einer Variante kommen. Hebe deinen linken Arm nach oben hoch und drehe die Beine auch zur Seite, sodass die Fußkante auf den Boden ist und der Arm oben ist. Das ist dann das seitliche Brett. Übrigens, Santola hat etwas mit Tolana zu tun und das heißt heben und hochheben, wiegen. Das heißt, der ganze Körper ist oben und wiegt sich auf den Händen. Mehr Informationen zu verschiedenen Variationen von Santolasana